Was ist Absichtslosigkeit? Das ist ein Begriff, der einem eher ein bisschen esoterisch vorkommen könnte. Absichtslosigkeit, das kommt vielleicht aus dem Buddhismus, das kommt aus dem Hinduismus. Also etwas, was aus einem Überbau kommt, einer Religion, einer Religion im weitesten Sinne. Die Absichtslosigkeit, sehr wichtig für uns als Menschen. Was ist die absichtslose Haltung, die wir immer wieder einnehmen können? Absichtslosigkeit bedeutet nicht gezielt, nicht absolut planvoll und nicht nur strategisch vorzugehen. Dass natürlich Pläne wichtig sind und auch Strategien und zielgerichtetes Handeln oder Denken wichtig ist, ist keine Frage. Aber wenn das einseitig wird, ist es nicht mehr im Sinne der Absichtslosigkeit. Das heißt also, wir sind dann als Menschen offen und ergebnisoffen. Also offen, wir sind tatsächlich offen, wir sind permeabel in unserer Psyche, in dem Mentalen, in dem, was wir wahrnehmen, in der Begegnung zu der Welt. Offen und damit eben ergebnisoffen in der Absichtslosigkeit. Es gibt weite Möglichkeiten. Offen, Absichtslosigkeit impliziert weite Möglichkeiten, weitere Möglichkeiten. Mit vielem zufrieden zu sein, flexibel zu sein, damit hedonistisch zu sein, gerade wegen der Flexibilität. Mir ist alles recht. Ich kann so eine warme, gerade gekochte Kartoffel genauso genießen und essen wie ein tolles Gourmetgericht. Das ist mir alles okay. Das ist in der Absichtslosigkeit enthalten. Es ist Bescheidenheit. Es ist schneller zufrieden, bis eigentlich immer zufrieden zu sein oder meistens zufrieden zu sein. Alles, was da ist, ist wertvoll und gehört damit zur Absichtslosigkeit. Es ist das Utilisieren. Ich kann aus allem etwas machen. Ich kann aus allem etwas entwerfen. Ich kann es nutzen. Ich kann es nutzbar machen. Das bedeutet ja dieser Ausdruck. Absichtslosigkeit ist nicht nur dem reinen Denken folgen, also dem reinen Intellekt, der reinen oder einseitig dimensionierten Philosophie oder was auch immer das ist. Also nicht nur diesem reinen Denken folgen, sondern allen Möglichkeiten. Also des Ganzen in einem und allem. Körper, Emotionen, Geist, Bedürfnisse, Verstand, Vernunft, vor allem aber auch verbunden sein. Absichtslosigkeit ist konfliktträchtig. Es ist nicht, also Entschuldigung, Absichtslosigkeit ist nicht konfliktträchtig. Denn Absicht auf der anderen Seite schafft oft etwas Konflikthaftes. Wenn ich eine einseitige Absicht verfolge oder eine bestimmte gezielte Absicht verfolge, dann wird das sehr schnell problematisch und erzeugt Konflikte. Wenn du als Mensch eher in der absichtslosen Haltung bist, dann schafft das weniger Konflikthaftes. Was nicht heißt, dass man den Konflikten damit vollkommen aus dem Weg geht. Ich nehme die Konflikte so an, wie sie passieren. Das, was passiert, das passiert. Das ist eben auch dann die Haltung im Absichtslosen. Absichtslosigkeit ist Problematisches, wie gesagt, genauso anzunehmen. Absichtslosigkeit ist nicht nur einseitig, sich auf etwas zu konzentrieren, sondern sich von der Welt erfüllen lassen. Heißt aber nicht, ohne eigene Identität zu sein. Das kann ja sein, dass ich dann immer wie so ein leeres Wesen aussehe, das gefüllt wird von dem allen und von dem ganzen Fremden dann vielleicht überflutet ist und zu keiner eigenen Identität kommt. Das heißt es nicht. Absichtslosigkeit bedeutet, eine eigene Identität dadurch zu haben, denn ich bin ja der Mensch, der ich bin und diese gewollte und diese besondere Persönlichkeit. Absichtslosigkeit bedeutet das Eigen nicht, um jeden Preis durchzusetzen, nicht durchsetzen wollen oder zum Maßstab zu machen, nicht nur immer bekommen wollen, nicht immer gewinnen wollen, nicht der Beste oder die Beste zu sein oder zu werden, konkurrenzlos zu sein. Also nicht immer wieder in eine Konkurrenz, in eine Competition hineinzugehen, sondern konkurrenzlos zu sein in der Absichtslosigkeit, jenseits von Dunkel und Hell, kaum Polaritäten oder das Polare immer wieder zu überwinden. Die Welt besteht aus Dualitäten und die Welt besteht aus Polaritäten, sie besteht einfach aus Schlecht und Gut und all dem, was sie immer wieder brauchen als Polarität, was sich in unserem Denken als Polarität zeigt. Und das Absichtslose strebt eigentlich an, dass diese Polaritäten nivelliert werden. Das heißt nicht ignoriert werden in dem Sinne, aber eben doch als ihre Schärfe der Polarität verlieren. Absichtslos bleibt in der Mitte des Weges, also im Ausgleich und im Versuch des Ausgleichs. Voll und leer zugleich. Bereit, ohne Opportunismus. Denn man könnte jetzt bei all dem Gesagten, was wir bisher sagten, sagen, oh, das ist aber so eine typische Opportunismus-Haltung. Es ist ohne Opportunismus. Frei. Jenseits einer Dichotomie. Und Dichotomie heißt Teilung. An sich sind die Dinge nicht geteilt, weil sie aus einem Ganzen sind oder weil sie ursprünglich aus einem Ganzen stammen. Oder weil das Ganze eigentlich immer vorhanden ist. Wir müssen nur bereit sein, das Ganze zu erkennen. Trotz der Teilhaftigkeit. Trotz der Besonderheit. Absichtslos bedeutet, jemanden und sich nicht zu etwas Bestimmten bringen. Das tun wir häufig als Menschen. Wir haben etwas Bestimmtes vor. Wir schmieden Strategien. Wir sind planvoll. Und wir wollen das unbedingt erreichen. Und wir wollen das unbedingt durchsetzen. Wir sind also so rigide oder so anankastisch, dass wir das unbedingt so wollen. Und das erreichen wir dann auch oft. Aber um welchen Preis? Und den Preis eben der Einseitigkeit und der Folgen dessen. Absichtslos bedeutet, die Welt zu erkunden. Die Welt immer wieder zu entdecken. Oder überhaupt das zu entdecken, was es zu entdecken gilt. Bedeutet nicht einseitig kategorisieren. Vor allem aber absichtslos in der Begegnung zu anderem und sich selbst immer wieder zu sein. Im Begegnungspotenzial ist die Absichtslosigkeit etwas ganz Wesentliches. Und damit eben auch in der Begegnung zu sich selbst. Natürlich nicht schaden, nicht ausbeuten, nicht rumkriegen und nicht unterwerfen. Ebenfalls nicht anhäufen, ohne Gier und falschen Stolz. All das sind Attribute, die zur Absichtslosigkeit gehören und die wichtig sind. Und die man sich natürlich auch zu einer, sagen wir mal, kognitiven Haltung, zu einer Erkenntnishaltung machen kann, wenn man sich damit identifiziert. Und wenn einen das anspricht, so wie dich jetzt vielleicht das eine oder das andere Audio anspricht, und du sagst, oh, das ist ja interessant, dann mache ich mir mal meine Gedanken drüber und insofern gehe ich dann damit um. Der Begriff Absichtslosigkeit ist also etwas ganz Interessantes.